Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht es wieder einmal um die E-Mail Domains. Ich möchte dazu mal ein kleines Update hier veröffentlichen, weil ich dafür eine Zuschauerfrage erhalten habe von euch. Erstmal nur ein was vorne weg, bevor wir mit dem eigentlichen Thema überhaupt anfangen. Viele haben sich gefragt, warum in letzter Zeit wenig bzw. gar keine Videos mehr von mir gekommen sind. Nun der Grund, der ist recht einfach. Bei mir hat sich privat einiges verändert. Wir haben hier in der Familie bei uns Nachwuchs bekommen und da mussten wir hier umziehen. Und auch das Büro hier, von dem ich das aus hier mache, das musste ebenfalls mit umziehen. Und bevor nun jetzt alles neu gefunden wurde, also eine neue Wohnung gefunden wurde und dann wieder alles aufgebaut ist und auch die ganze Elektronik hier bei mir wieder so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das hat nur einiges an Zeit gebraucht und es ging auch alles etwas Schlag auf Schlag. Und deswegen kamen in letzter Zeit keine Videos mehr von mir. Ich bitte das zu entschuldigen und ich werde mich in Zukunft wieder bessern. Es wird in Zukunft wieder dreimal die Woche ein Video geben, einmal Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Gut, fangen wir an, was wir mit unseren E-Mail-Domains hier anstellen wollen. Was ist erstmal hier die Zielsetzung? Nun die Zielsetzung, die ist wieder eine eigene E-Mail-Domain. Das heißt, dass wir den Namen hinter dem Ad beeinflussen können. Und ich habe mir jetzt hier mal überlegt, wir werden uns eine E-Mail-Adresse einrichten und zwar post.cybersoft24.de Der Titel des Videos, den seht ihr ja schon, da heißt es, dass wir ein E-Mail-Hosting unter 5 Euro im Jahr betreiben wollen und genau darum geht es. Es geht heute nicht mehr ganz so sehr ums kostenlose E-Mail-Hosting, aber immerhin um fast kostenloses E-Mail-Hosting. Ich habe mir hier bei Netgrab eine Domain registriert. Die Domain, die kostet 4,87 Euro im Jahr. Wie ihr hier unten schön sehen könnt und für diese Domain wollen wir jetzt ein kostenloses E-Mail-Hosting einrichten. Das soll jetzt hier auch keine Werbung für Netgrab sein. Ihr könnt natürlich eure Domain bei jedem anderen Anbieter registrieren, aber Netgrab, das war so für mich die Kompromisslösung zwischen seriöser Anbieter und trotzdem sehr günstig. Und wir fangen einfach mal hier an. Ich bin jetzt hier in Netgrab in der DNS-Verwaltung. Wir gehen einfach mal hier auf DNS und das sehen wir hier unten. Ich habe bei mir schon zwei Einträge hinterlegt. Der Host wird immer hier mit so einem Ad definiert. Das bedeutet dann, dass es für den kompletten Domain-Rahmen gilt. Hier bei Typ wird MX ausgewählt. Dann hier bei der MX Priorität wird einmal 10 und einmal 20 eingetragen. Und hier hinten bei dem Ziel, da tragen wir ein mx1.improvemx.com und hier unten dann mx2.improvemx.com. Die Einträge werden dann hier unten einfach mit DNS-Records speichern, werden die Einträge gespeichert. Und mehr brauchen wir hier bei der Domain-Verwaltung gar nicht tun. Was brauchen wir noch zusätzlich? Wir brauchen natürlich noch ein Gmail-Konto. Ich habe mich jetzt hier mal schon auf meinem Gmail-Konto angemeldet. Wenn ihr noch kein Gmail-Konto verwendet oder besitzt, dann könnt ihr natürlich bei Google kostenlos ein neues Gmail-Konto registrieren. Das Gmail-Konto wird hier für das Setup prinzipiell benötigt. So, wir haben unsere DNS-Einträge hier gemacht. Und jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir auf unsere E-Mail-Domain überhaupt E-Mails empfangen können. Das machen wir mit improvemx. Wir öffnen also hier mal ein neues Tab. So, hier angekommen bei improvemx geben wir hier unsere Domain ein. Das war ja cyborlsoft24.de. Und hier unten dann die Gmail-Adresse von unserem Gmail-Konto, wo die E-Mails weitergeleitet werden sollen. Dann gehen wir hier auf den Punkt Create a free alias. Jetzt kommt bei mir hier so eine kleine Fehlermeldung, dass ich schon einen Account bei improvemx angelegt habe und dass wir mir jetzt einen Login-Link geschickt haben. Gut, loggen wir uns also hier ein. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann kommt ihr einfach so auf die Seite, dann ist das überhaupt kein Problem. Da landet ihr genauso jetzt hier wie ich. Also hier nochmal die Domain eingetragen. cyborlsoft24.de. Dann gehen wir hier auf Add New Domain. Jetzt sehen wir hier, dass die Domain angelegt ist. Und hier unten können wir dann gleich einen neuen Alias hinzufügen. Also wir hatten ja gesagt post at cyborlsoft24.de. Also post geben wir hier ein, drücken hier hinten auf Add. Und gehen jetzt hier nochmal auf Check Again. Nachdem das hier immer noch rot ist, gehen wir hier nochmal auf E-Mail Forwarding Needs Setup. Und sehen hier, dass wir noch einen SPF-Eintrag hinterlegen müssen. Wir gehen also hier auf Copy. Gehen ja nochmal hier zu Netcap. Also gehen wir hier nochmal her und fügen einen dritten Eintrag hinzu mit einem Add. Bei Typ wählen wir TXT aus. Fügen das hier ein, den SPF-Eintrag. Und gehen dann unten nochmal auf DNS Record Speichern. Hier auf OK. Gehen jetzt nochmal zurück zu Improve MX. Und hier nochmal auf Check Again. Es kann auch manchmal sein, dass das ein paar Stunden dauert. Müssen wir mal sehen, inwieweit wir das jetzt zeitlich hinbekommen. Ansonsten mache ich hier mal einen Cut rein. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das hier auf grün ist. So, nach einer Weile ist das jetzt hier auch grün geworden von cyborlsoft24.de. Wir sehen das hier. Die E-Mail, die Weiterleitung, die ist aktiv. Und jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir von dieser E-Mail-Adresse hier, also von post.cyborlsoft24.de, dass wir davon auch eine E-Mail versenden können. Das richten wir bei unserem Gmail-Konto ein. Wir wechseln also hier nochmal zu Gmail. Gehen jetzt hier oben auf den Einstellungsring oder auf dieses Rad. Dann hier auf Alle Einstellungen aufrufen. Hier gehen wir nun auf Konten und Import. Und hier bei Senden als gehen wir drauf bei Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen. Hier können wir jetzt unsere Firma oder unseren Namen eingeben. Hier unten geben wir nun unsere angelegte E-Mail-Adresse an, also post.cyborlsoft24.de. Hier müssen wir nun unsere Serverdaten eingeben für den SMDP-Server, über den die E-Mail hier gesendet wird. Und der SMDP-Server, das wird der SMDP-Server von diesem Google-Konto sein. Das heißt, wir geben hier oben bei SMDP-Server ein, smdp.gmail.com. Das ist wichtig, das ist der SMDP-Server von Google. Hier unten bei Nutzername, da geben wir unsere E-Mail-Adresse an von diesem Konto hier. Also diese hier, die geben wir an. Die kopiere ich mir eben. Fügen wir das hier ein bei Nutzername. Und bei Passwort dann natürlich unser ganz normales Gmail-Passwort. Hier die restlichen Einstellungen, die belassen wir alle so, wie sie sind und gehen auf Konto hinzufügen. Nicht speichern. Jetzt sehen wir hier, dass Google, also Gmail, schickt uns eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse hier. Das müssten wir dann auch in dem Konto hier erhalten. Wir hatten ja das bei Improove MX alles eingerichtet. Gucken wir mal, ob hier schon was da ist. Ja, hier ist die Nachricht von Google. Nennen wir uns also den Bestätigungscode. Und kopieren den hier. Gehen wieder zurück in unser Einstellungsfenster. Fügen den Code hier ein. Gehen auf Bestätigen. Und das war's im Grunde genommen schon. So einfach geht's. Wenn ihr bei dem Konto hinzufügen einen Fehler habt oder bei dem SMTP-Server einen Fehler habt, dann befolgt einfach die Einstellungen oder die Anweisungen von Google, die ihr da angezeigt bekommt. Manchmal kann es sein, dass ihr die sogenannten sicheren Apps von Google erst deaktivieren müsst. Das zeige ich mal ganz kurz. Wir gehen einfach mal hier in die Google-Suche rein. Zugriff auf weniger sichere Apps aktivieren. So nennt sich das. Da kommen wir hier auf die Seite von einem Support von Google. Und da sehen wir hier, dass es die Möglichkeit gibt, weniger sichere Apps zuzulassen. Und genau das, das müssen wir hier tun. Wir gehen also hier mal rein. Sehen wir hier Zugriff durch weniger sichere Apps deaktivieren. Und hier ist der Link. Und da klicken wir rein. Und da sehen wir hier, dass der Zugriff auf weniger sichere Apps bei mir derzeit aktiviert ist. Und die Einstellung, die muss zwingend aktiviert sein, damit das hier funktioniert. Wie gesagt, das ist wichtig. Und wenn ihr noch Probleme habt beim SMTP-Server hinzufügen, dann wirklich gucken, dass ihr den richtigen SMTP-Server habt. Also smdp.gmail.com, nicht .googlemail, sondern wirklich .gmail.com. Ja, gut. Machen wir mal hier weiter. Wir gehen also mal hier zurück in unser Gmail-Konto. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, über unsere neu erstellte E-Mail-Adresse, nämlich über post.cybersoft24.de, hier ganz normal E-Mails zu schreiben. Wir gehen also mal hier auf Schreiben, wählen hier oben bei der Zeile von unsere neue E-Mail-Adresse aus, also post.cybersoft24.de und können jetzt hier einfach eine E-Mail schreiben. Ich schicke das jetzt einfach mal an mich hier und dann werde ich von meiner E-Mail-Adresse hier einfach mal drauf antworten und dann seht ihr das hier auch wieder mit im Video. Gehen wir also hier auf Senden. So, ihr seht mal ganz kurz hier meine E-Mail-Verwaltung von meinem E-Mail-Konto, an das wir das Ganze hier gerade geschickt haben. Und ihr seht, die E-Mail, die ist hier angekommen und ich antworte gerade auf diese E-Mail. Wir gehen hier unten ebenfalls auf Senden und jetzt springen wir wieder zurück. So, und da ist meine Antwort hier auch schon wieder angekommen und wir sehen auch hier, dass das Ganze auch geschickt wurde mit post.cybersoft24.de. Hat also alles funktioniert und ja, damit könnt ihr relativ günstig, wir hatten ja am Anfang des Videos gesagt, so Runde 5 Euro kostet es im Jahr, könnt ihr hier E-Mails versenden mit eurer eigenen DE-Domain. Ja, das war's dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachtet doch noch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.